hallo leute willkommen beim 50.000 video special mit diesem let's play sage ich mal mit diesem mini let's play bedanke ich mich für 50.000 video aufrufe und wir spielen poker night at the inventory das ist ein spiel das ihr euch über steam runterladen könnt kosten vielleicht nicht leider ich glaube es kostet so 3,50 euro im durchschnitt also für die die ein bisschen kleingeld übrig haben könnt euch dieses spiel hier einfach kaufen das ist ein pokerspiel es ist leider komplett auf englisch also nichts gerade für die die kein englisch können aber es macht nichts ich hoffe ihr könnt englisch was ich auch stark vermute ok wo sind wir denn hier okay irgend so eine bibliothek oder sowas was sucht hier an admiral in der in der bibliothek ich verstehe es hello there another enthusiast i presume how good it is to see a fresh face here at the inventory i imagine you're here for the card game with the fellows downstairs let me lead you down there the first time i'm a bit more familiar with the benefactions of the club the club was founded in 1919 in response to an early draft of the 18th amendment through back channels it was learned that this vile piece of legislation would not only outlaw libations but games and amusements that could also threaten the world-renowned determination and productivity of the american workforce ah can you imagine games outlawed nevertheless this club has been here in secret ever since just in case those in charge get another bee in their bonnet hmm so welcome and enjoy yourself now your table hey gentlemen i hope that is room at the table for a fifth yah fresh meat perhaps our newcomer would like to set the stakes for tonight's game that sounded like ten thousand dollars landing on the table to the note here you go jump change i say jump change the die has been cast the game will be no limit texas hold'em i will periodically raise the blinds may the best player win tardio okay we play poker texas hold'em. i hope you can see the rules kallenge chicos chapter 2020 madame 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 l 후� madame 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 Schau uns einfach zu! Falschfail Okay, also momentan habe ich die Karte 5 und die 10. Ich erkläre mal für die Leute, die keinen Sex-Otorten kennen. Und zwar werden dann, nachdem ich hier gecallt habe oder erhöht habe, weitere Karten aufgedeckt werden. Und wenn eins meiner Karten so gleich ist, bzw. wenn zum Beispiel hier eine 5 kommen würde, hätte ich schon mal ein Pärchen. Manchmal musst du in kaltem Antizipation für deinen Krieg warten. Ja, es gibt ihnen eine wundervolle Möglichkeit, ihnen zu schreien, während sie nicht hören. Lass uns sehen. Ich werde es checken. Die anderen müssen das selbe machen. Wenn er erhöht, müssen wir mitgehen oder ausgehen. Okay, momentan ist eine 4, eine Kündigin und eine 2 draußen. Ich glaube, wir haben noch kein Pärchen. Das heißt, ich check erst mal, sonst wenn er höher kommt, gehe ich raus. Du musst deine Karte auf der Tür checken. Huh? Huh? Ich werde das checken. Ich werde das checken. Ich werde das checken. Oh man, er erhöht. Ich gehe raus. Oder 700? Ich weiß nicht. Nee, ich gehe raus. Das ist mir jetzt ein bisschen zu Eis. Haha! Okay, ich falle. Okay, er geht auch raus. Ha! Keine Chance! Okay, Max geht auch. Ne, jetzt fallen wir jetzt. Geht er raus. Der Hevy gewinnt die Hand. Ich gewinne? Der Hevy gewinnt die Hand. Okay, wir haben schon wieder eine 5 und Nass diesmal. Okay, wir fangen an. Okay, wir fangen an. Fuck this shit. Okay, ich calle. Der hätte eigentlich auch callen können, der Taiko. Naja. 3 KARD! Hi, wir haben ein Pärchen! Wie schön, 4, 5, 3. Ich bete. Ich kann aber leicht an die Straße fliegen. Hm... Räsen in den Stern. Jetzt erhöhen sie auf einmal alle. Okay, ich räsen. Oh Gott, der Heavy auch. Ich glaube, das wird mehr... Wobei... Naja, wir haben ein Pärchen, ne? Aber 1000... Ich... Ich lasse mich jetzt... Äh... Gehen wir mal wieder raus. Okay, er macht all in. Jeeze! Ich schau ihn! Ich kenne ihn. Oh cool, jetzt wird schon einer rausfliegen. Ist ja schön. Wer wird rausfliegen? Strongbait oder Max? Also, momentan sieht es gut für Max aus. Denn er hat da ein Pärchen. So lange hat er noch keins. Haha, richtig! Max hat ein Pärchen von 4. Strongbait hat Jack High. Max gewinnt die Hände. Ah... Das erinnert mich an eine Geschichte über einen Pärchen und seine ostentatische Bankkarte. Strongbait hat sich aus dem Spiel eliminiert. Niantil! Niantil!!! 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 I am going to play this one. Okay, I check. Okay, noch kein Play. Und der Heavy erhöht. Tycho auch. Ich polle einfach mal mit. Hm... Heavy geht alles in. Okay, jetzt gehe ich raus. Ich gehe raus, das ist mir zu heiß. Ich werde fallen. Der Heavy gewinnt die Hand. Ich vergesse, wie schrecklich ich manchmal bin. Okay, was haben wir jetzt? Eine 4 und eine 8. Gut, äh... Oh, ich erhöhe. Okay, erhöht schon gleich am Anfang. Und bereit zu kraschen, Baby-Man. Warum erhöht der aber gleich zu Anfang, wenn noch keine Krasse draussen ist? Ich verstehe es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal mit, das ist ja egal. Okay, ein Pärchen haben wir. Ich check mal. Er erhöht. Kann sein, dass er blüfft. Der Heavy erhöht jetzt auch. Ich möchte deinen anderen zeigen. Kannst du mich blüffeln? Ja, ich colle. Ich stehe. Okay, jetzt geht er raus. Bluffer. Ich stehe. Ich stehe mit dem Pärchen. Ich stehe mit dem Pärchen. Sechs... Ach, wir haben zwei Pärchen. Nein, wir haben ein Pärchen. Er ist frei. Der Spieler hat... ...eine Eights. Der Heavy hat... ...eine Eights High. Der Spieler gewinnt die Hand. Look, wer ist die Daddy-Pants. Okay, jetzt haben wir unseren Pott auf 11.600 erhöht. Übrigens sind insgesamt 50.000 Dollar zu gewinnen, also genau die Anzahl an Videoaufrufe, die mein Kanal hat. Hehehe. Das heißt, wenn wir gewinnen, werde ich am Schluss 50.000 Dollar, äh... ...ja, gewinnen. Aber gleich am Anfang zu erhöhen. Ich geh raus. Ich muss ein bisschen vorsichtig spielen. Ich geh raus. Der Heavy gewinnt die Hand. Ich geh raus. Ich geh raus. Ich geh raus. Ich geh raus. Ohohohoho. Ohohohoho. Ich geh raus. Ohohohoho. Das ist das, was ich spreche. Hm, ich glaube nicht. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich geh raus. Ich geh raus. Der Spieler hat Eis High. Der Heavy hat ein Paar von Eights. Der Heavy gewinnt die Hand. Hahaha, das ist ein einfaches Spiel. Ich haße dich, Heavy. Beim nächsten Team Fortis 2 Part gehe ich nur noch auf die Heavys los. Ich kalle. Ja, am wenigsten, gell's? Ich werde das spielen spielen. Ich werde das spielen spielen. Ich werde das spielen spielen. Zwei Q7. Ich muss vorsichtig spielen. Ich bin gut. Ich bin jetzt in erhöhen, komm, geh raus. Okay, ich check. Check, Disk. Wir haben immer noch kein Pärchen. Oh, iPad. Und natürlich fängt er mal wieder zum Erhöhen an. Ich kenne das. Na gut, lassen wir Taiku und der Heavy mal gegeneinander antreten. Ich halte mich da raus. Taiku hat Queen High. Der Heavy hat Ace High. Ah, der alte Bette mit randome Karten und hoffe für die beste Strategie. Der Heavy hat die Hand gewinnt. Wenn ich den Kopf auf dem Boden bin, dann würde ich den Kopf auf den Boden geraten. Dann würde ich den ganzen Fuß in meinem Arsch nehmen. Das ist eine ehrlichste Frage. Ich nehme diesen auch. Ok. Dann habe ich den Kopf auf dem Boden wieder zuerst drinnen. Ich nehme ihn an, aber er geht nicht. Ich nehme ihn an. Ich nehme ihn an. Ich nehme ein younger ehemaliger. Okay. Zwei... Check. Und... Drei. Wir haben kein Pärchen, aber ich gehe mit. Ja, ready. Ich check. Und der erhöht mal wieder, der Heavy, ne? Oh, ich bete. Es macht ihm ja so viel Spaß. Ich glaube nicht so. Ich gehe raus, ich habe kein Pärchen, ich habe wenig Geld, das lohnt sich nicht. Ja, ich bin raus. Ja, dann könnten aber ruhig mitgeben. Der Max ist vor allem, der hat am meisten. Ha, ha, ha. Dies ist ein einfaches Spiel. Hm. Neun und eine Drei. Hm. Natürlich. Immer dasselbe mit dem Heavy. Wie viel? Pff. Er hat doch seine Macke. Der Heavy gewinnt der Hand. Ich bin immer gewinnt. Ja, ihr seht, der Heavy, der hat schon 20.000, weil er ständig erhöht. Und die anderen immer nicht mitgehen. Oh, Carl. So, ich gehe jetzt mit, egal was kommt. Jetzt gehe ich auf volles Risiko. Carl? Well... Okay. Okay. Ich bete. Pff. Okay. Ich rase. Pff. Das ist doch eine Macke! MUST FIND STRENGTH TO CALL! Ich schicke jetzt einfach alles! BALT! All in! Tycho! Tycho! Die hat ja jetzt ein Pärchen. Wir müssen eine Ass kriegen. Nein! Nein, wir sind draußen. Ja, der Spieler hat Ace High. Tycho hat ein paar Königs. Tycho gewinnt die Hand. Ich habe gedacht, dass du diese Karten nicht magst. Der Spieler hat von Spiel erhöhnt, was soll ich daran glauben? Mensch, ich hasse dich. Ja, ihr seht meine Statistiken, ich bin der schlechteste Pokerspieler on the fucking world. Was sag ich? Das tu ich doch nicht, äh, auf mich sitzen lassen. Würdest du für eine Reise-Pack von Tissuen und eine halbe Eten-Jar Maraschino-Cherries? Hm, ich habe einen guten Cherry. Aber ich habe Angst, dass es ein Problem von Parity gibt. Ich habe auch keine Parity. Oh, ich habe auch 38-40k in unkutten Diamonds. Aber wie geht es mit meiner Schraube und Badge? Du weißt, du kannst keinen Preis auf eine Leistung für MAME setzen. Sehr gut. Der Spieler, der aus dem Spiel eliminiert, wird eine Pistole und eine Freelance-Polize-Badge bekommen. Nope. Ich gehe gleich mit. Ja, ich bin weg. Oh. Und Raze, ne? Ich weiß nicht. Check. Ja, das bin ich gar nicht gewohnt von dir, dass du checkst. Ass. Queen und 9. Oh. Ich versuchte. Ich hab keine Pärchen. Wohnt sich nicht. Hm. Ein Hibber gewinnt die Hand. Haha, du musst nicht einfach mir das Geld geben. T3 und 9 Ich hole mal I'm gonna call I will play I will play I'll check as well gentlemen I will play Der Havidus Er hat irgendwie einen an der Macke Wir haben zu wieder kein Pärchen, das gibt's doch nicht I'm betting Wir haben mehr Pech als... Jetzt fängt's noch zum Leggen an Mein Glück in my next place ist immer am besten iPhone iPhone sind ja toll 2 FPS gerade Ach, wie wunderschön Tycho gewinnt die Hand Ich falle auch Ich meine, ich winne Okay, hier bin ich wieder und in einer neuen Runde I will die 50,000 DOLLAR I will die 50,000 Alle checken! Ich falle! Der Spieler gewinnt die Hand! Jetzt haben wir wieder 10.000 gehabt, aber jetzt haben wir wieder 9.900. Ich falle! Ich falle! Ich kenne. Ich kenne. Ich kenne. Ich kenne. Ich kenne ein Doppelpärchen. Ich kriege eine Krise! Check, check! Auf meine Sandwich! Cha-cha-cha! Ja! Okay, ich bete. Ich kenne ihn. Ich werde nicht überrascht. Vielleicht hast du das. Ich kenne ihn nicht wert. All in! All in! Yeah! Sweet! Ich kenne ihn nicht. 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 Ich kenne ihn. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Die Karten machen mich übel. Wie eine spinning Minigon zu b Extremten! Ich gehe auch mit. Ein Pärchen! Ach, wie wunderschön! Höhl ruhig! Nun, bestens die Pants auf. Ich glaube nicht. Ich bin gut. Ich erhöh' einfach mal. Und zwar um das da. Das ist Big Bet! Ich komme raus! Der Spieler gewinnt die Hand. Die Blinden sind jetzt 200, 400. Ich nehme das nicht! Ich bin da und bin bereit, die Baby-Männer zu zerstören. Lass uns das machen. Ja, ich bete. Ich bin gut. Ich bete nicht, aber ich klicke. Ich klicke. Soll ich den Sack zu machen? Ne, oder? Ich weiss nicht. Ich lege einfach mal 5.000 rein und riskiere es. Diese sind voll. Der Spieler gewinnt die Hand. Wir machen gut Gewinn. Jetzt haben wir schon 13.000. Komm schon! Diese Karte sind weg. Ich werde diesen mal spielen. Oh Gott. Wow, der hat dieses Mal nicht erhöht, der Heavy! Respekt! Nein, schon wieder ein Doppelpellchen! Checking! Ich checke jetzt aber wenn er erhöhen kommt, gehe ich raus. Ich gehe raus! Ja, ich gehe raus! Ich gehe raus! Das ist für mich ganz klar. Wenn einer... Wenn einer... Wenn einer... Tycho wins die Hand! Er zerhöht der Heavy, dann erhöht Tycho. Und dann geht der Heavy wieder raus. Also wenn das kein Bluff ist, ich weiss auch nicht. Ich will spielen. Call. Was haben wir denn hier? Okay, äh... Call. Check, check, check it out! Äh... Ich checke einfach mal, aber wenn er erhöhen kommt, gehe ich auch wieder raus. Check, check! On my strand, witch! Cha-cha-cha! Check! Ja, check! Betting! Natürlich! Okay, wobei... Äh... 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 Ich gehe raus! Wir haben genug Zeit! Ich bin falding! Tycho gewinnt die Hand! Delicious! Fünf und drei! Ich bin falding! Ich bin falding! Und dann gehe ich mit! Raze! Raze! Wie viel? 2.200! Ich gehe jetzt einfach mit! Ich gehe jetzt einfach mit! Ich habe hier genug Geld! Ich bin in! Und bin bereit, zu kratzen, Baby-Man! Hmm... Checken! Ich bin... Okay... Ich bin... 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 Und jetzt geht der Heavy raus! Der hat ja eh nur noch 600 insgesamt! BIRCH! Aufwand! Aufwand! Strong Bad wins the hand! Not the life wakin' a butt the easy way! The blinds are now 300, 600! Na gut. Awww, ich will call. Ich will call. Ich will call. Ach, der hat all in gemacht. Na gut. Er hat eh keine andere Wahl... 4, 5, einjud! Die höchsten Mann werden nicht umgedreht! Falsch! Oh nein, Tycho hat einen Fählchen. Tycho ist momentan besser. Tycho hat ein Paar von Fives. Der Heavie hat eine Strecke. Der Heavie gewinnt die Hand. Tycho gewinnt die Hand. Wenn du mir das Geld geben würdest, dann wäre ich gut mit dem. Der Heavie hat wieder ein bisschen Geld gewonnen. Ich falle. Ich kenne. Wieso sollte jetzt jemand auf der Tafel zeigen, der das schmerzhaftes Obvious zu erzählen? Okay, ich kenne. Ich bete. Der Heavie hat einen Darmherz, dann... No way. ...hatte 3 auf einer Kite. Ich gehe raus. Strong Bad gewinnt die Hand. Für mich! Ach, jetzt haben wir ein Pärchen. Ein sicheres Pärchen sogar. Ich glaube, ich bleib drin. Ich falle. Egal, wie es abgeht. Oh, ich hab' es. Hm... All in. Ach ja, natürlich. Okay, ich geh' mit. Okay, ich geh' mit. Pärchen! Ach, schön, wir haben 4 of a kind. Da kann ich ja auch all in'n eigentlich, ne? Well... Check. Aber ich check' noch ein bisschen. Aber ich check' noch ein bisschen. Ähm, in der Hoffnung, dass er selber den Pott noch ein bisschen höher legt. Checker! Äh, wir wollen aber ganz sicher. Ach, check! Und jetzt erhöhe ich um... Scheiße, was lockt den denn? Ich mach' mal... 600. Das wird damit gehen, hoffe ich. Ach, doch nicht, okay. Der Spieler hat... 3 of a kind. Der Heavie hat... 2 Paar. Der Spieler gewinnt die Hand. Ich verletze? Ich verstehe nicht, wie ich das... ...wenn ich mich nicht verstehe. Der Heavie hat aus dem Spiel eliminiert. Ich hab' keine mehr Chips. Ich wurde von Babys verletzt. Okay, jetzt ist nur noch... Tycho... ...und Max... Äh, Quatsch... ...und Strong Bad draußen. Wir haben am meisten Kohle, nämlich 27.900. Ehhh... Okay, ich rase. Und der Strong Bad fängt zum Räsen an. Das ist wie wenn du neun Manna in einer fucking Räu. Anybody? Ich geh' das nicht mit. Der gewinnt eh' nichts. Strong Bad gewinnt die Hand. Nichts wie, einen Bock zu machen, den einfachen Weg. Ich kann jetzt eigentlich immer... ... äh, immer... ... rausgehen, bis die Blinds dann immer weiter erhöht werden. Gott. Okay, ich rase. Ich rase. Ich rase. Ich rase. Ich rase. Na toll, wir haben kein Pärchen. Na doch, wir haben ein Pärchen. Da mit. Warte, alle! Huge check! Ich werde in! Natürlich! Natürlich! Nope. Auf dein Bluff fall ich nicht herein. Scheiße! Er hat's hier verkeimt. Er hat ganz sicher gewonnen. Oh, ich meine... Cool. Aber es kommt für uns noch ne Dame. Da haben wir gewonnen. Dame! Komm schon ne Dame! 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 Nein! Hatsau! Der Spieler hat... ... 2 Paar! Strong Bad hat... ... 3 of a kind! Strong Bad wins the Hand! Oh man! What happened? You want me to say you won again? Ich hasse Glück! I guess so! I mean if that's what happened! For real and for true! Right? Die, a sad, pitiful, painful death! Das sag ich auch! Das sag ich auch... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Geh zurück. Strong Bad gewinnt die Hände. Er wird weiter gewinnen. Gleichzeitig. Oh Karl. Oh Karl. Unbeschlecht. Well, Karl. Ich glaube ich nehme hier langsam viel zu lange auf. Ich bin. Oh Karl. Ich bin Karl. Wir hatten ja unseren Spass aber... Ich muss es jetzt langsam zu Ende bringen. Weil dieser Part sonst zu lange wird. Du musst diesen Hobo nennen. Also Leute. Falls wir es verlieren. Danke fürs Zuschauen. Das fängt zum Legen an. Immer noch. All in. All in. Yauza. Fall. Super. Nein, er hat nicht gefault. Und auf ein Pälchen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir sind draußen. Hehehe. Shit. Tycho hat... Tycho hat... Tycho hat die Hände. Diese Karten sind nichts mit. Der Spieler hat die Hände. Äh... 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 Wie? Öhm... Äh... Wir sind nicht draußen. Äh... Wieso? Äh... Ich verstehe es nicht. Versteht ihr es? Ich? Keine Ahnung. Na gut. Dann äh... ... haben wir noch ne Runde. Oh, gar nicht... Ich dachte, ich muss den Pass jetzt beenden, und dann ist er wahrscheinlich zu klein. Ich nehme jetzt lieber ein bisschen mehr auf. Scheiße, jetzt hat er 20.000 gekostet. Ach, ich geh jetzt mit einfach. Ich geh jetzt alles mit. Ist ja egal. Effing A. Ich glaube, es wird ein bisschen langweilig. Ich habe das Gefühl, es heißt, ich beende jetzt ein bisschen... Ich beende den Pass jetzt ab. Okay, was hat er? Der hat ein Pärchen, und wir haben... Scheiße. Scheiße! Taiko hat ein Pärchen von 7. Der Spieler hat... Ace High. Taiko gewinnt die Hand. Ich denke, es würde teuer sein, alle diese Pärchen gewinnen. Ich denke, es ist ziemlich lecker, zu hören. Der Spieler hat aus dem Spiel eliminiert. Oh, was ist da für dich? Vielleicht ein Spaziergänger mit einem Spaziergänger, oder bist du einfach direkt in ein Brothel? Aber vielleicht beim nächsten Mal. Beim 100.000 View Special. Vielleicht werde ich das wieder... Let's Playen, wenn ihr Bock drauf habt. Oder ich werde vielleicht was anderes... Let's Playen. Wahrscheinlich, was dann zu 100.000 passen wird. Keine Ahnung, für was kriegt man denn 100.000 Dollar? Äh... Keine Ahnung. Also, ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß einigermaßen, auch wenn es ein bisschen langweilig gewesen war. Vielleicht. Bei Poké ist ja nicht besonders aufregend. Dann sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Vielleicht sogar im nächsten View Special. Äh, bis dahin. Bis zum nächsten Mal vielleicht auf einen Schlag 50.000 meine Videos schauen. Aber ich glaube es eher nicht. Äh, ja gut. Dann sage ich euch jetzt mal Tschüss. Und dann, ja. Habt noch einen schönen Tag. Tschau.